Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde War Thunder. Wir spielen Vorherrschaft Xen Tzu. Wahrscheinlich irgendwo in Asien, denke ich mal. Ich denke mal Japan oder so wird das sein. Ja, wir spielen Vorherrschaft, wir spielen Luftschlacht. Mal wieder, wie ich ja schon mal sagte, Panzerschlachten ist halt immer so ein Ding, weil die Dateien halt richtig groß werden. Aber ich denke mal, die nächste Runde werde ich mal wieder eine Panzerschlacht machen. Und ja, die Tipps, die es immer noch gibt, Astrein. Und ja, kann ich immer nur ein Danke sagen für die Tipps. Was macht er denn? Ich schieße jetzt mal an einen Kollegen, aber auch nicht schlecht. Ne, wie gesagt, die Tipps kann ich mir nur sagen, top. Videos werden noch gut geguckt. Lustigerweise, hätte ich nicht gedacht, dass nach vier Wochen doch schon so die Videos geguckt werden und geliked werden und so. Ups, da war es ein Zustand, glaube ich. Ach, ich kann doch segeln, kein Problem. Sehr schön. B ist erobert. So. Da hat er anbehalten. Landung, mein Gott, da repariere ich mich mal. 25 Sekunden, ich hoffe mal, ja, das könnte hinhauen. Der ist vor zwei Kilometern nah, aber da sind wir noch. Ne, der haut, der fliegt gerade von mir weg, das ist gut. Wollen wir mal den Rotor reparieren hier. Ui, da war aber knapp. Mein Freund. So, da wurde ich repariert. Sehr schön. Klappen auf Start. Oh, da hat er eine Bombe geschmissen, die Sau. Mit dem J. aussteigen geht aber irgendwie nicht. Lustigerweise. Na ja. Da hat er mich mit einer Bombe getroffen, der Hund, ey. Warten Sack. Gibt es ja gar nicht. Boah, ich war gerade so glücklich, ich habe gelandet. Ich konnte mich reparieren. Und wann ist das? Da knallt er mich mit einer Bombe ab. Ey, da gibt es doch gar nicht. Der Schmutzbuckel. Klappen auf Kampfstellen. So, abgeschossen weg mit dir. So muss das sein. Dann gucken wir mal weiter. Da, der Stefan Ema. Gucken wir mal, ob wir den auch noch kriegen und helfen da. Sehr schön. Flugzeug zerstört. Rums. Oh. Da fliegt da mal einer von der Seite in mich rein. Ja. Wie immer. Aber. Na ja, gut. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also, ich mache da keinen. Ich mache da keinen viel verantwortlich. Weil mir ist ja auch schon passiert. Ja, wird gewählt da Neues. Neues gibt es auf jeden Fall. Ist ein neues Let's Play gestartet auf dem Kanal. Endless Legend. Wir haben bestimmt schon einige mitgekriegt. Kommt auch sehr gut an das Spiel. Ich kann immer nur sagen, wenn euch die Spiele gefallen, abonniert mich ruhig. Und liked auch die Videos. Umso mehr Spaß macht es natürlich. Wenn ich sehe, dass die Videos gerne geguckt werden. Und dass sie auch vernünftig sind. In meinen Augen. In meinen Augen sind sie vernünftig. Wie gesagt, sonst hätte ich ja nicht mal eben so ein Podcast-Mikro geholt und sowas. Jetzt hätte ich mir natürlich auch gespart. Und hätte er weiter mit Headsets gemacht. Wollte ich aber nicht. Weil ich habe mir gesagt, ich mache es vernünftig. Und dann bin ich verünftig. Ah, der ist schon kaputt. Alles klar. Ich habe den nicht aufgeschossen. Dahin hält er die Bühne noch. Hä? das ist doch das was du ausgesucht ja geschützt ist okay geschossen ziemlich feigt hier gerade ja alles klar hier war ein kleiner ruckler dann drehen wir mal kurz so wenn ich 8 muss ich halten ok jetzt verstanden so eine private maschine rot-weiß hallo ich möchte aber keine zu spät eigentlich wollte ich keine bomben haben aber ist egal zwei abschüsse und dreimal abgestorben schon aber wo soll er eigentlich hier dass wir alle flughäfen nehmen das fast was gebe denn hier freunde soldat aber noch mal hinfliegen mal sagen fahrbelgien besser da komm ich noch rechtzeitig hin guck ich glaube nicht ich muss doch nicht hin, die Farbe gehen, da ist er doch, der Schmuck, sehr schön ja sehr schön, und durch starten, hopp, sehr geil, manche bereich B, Robert, unfällig, B ist doch schon ein Robert Kumpel, hallo, hat's schon gemacht, so geht das, go for B, ja, ja, muss jetzt mal hin, müssen nach dahin, boah, was hat denn, ja, man da so einfach durchkommt, mhm, sieht schon voll aus hier, ne, mitte, müssen wir sagen, mal gucken, ne, ah, der ist abgestürzte einer, den ich gerade im Ziel hat er erst, der stürzt auch ab, so für uns, keine Ahnung, hm, hm, was ist denn da mit dem Panzerfahrer, da, gucken wir nochmal, die, da verpolt, Treffer Abschusshilfe, sehr gut, sehr schön Nee, warum denn C, Hä, ach, da ist, ähm, irgendwann ist er wieder plattgegangen, ach man, wurde abgeschossen, schieß die gleich auch mal ab, Stimper, Echt, scheiße, ich glaube, das verlieren wir sogar, man, 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 der Oberrund halte den Flugplatz, ja, so, C übernehmen sie gerade wieder, ich schließe mal da hin, nach B, ach, das sieht noch knapp aus, also, könnte man ja vielleicht Glück haben, dass wir das doch noch gewinnen, wenn sie C jetzt ein, nehmen, mal gucken, ne, mal gucken, Stefan, ehemals abgestürzt, oh, gut, unser Team ist, na, abgebrochen, toll, ah, jetzt haben sie es, doch, C ist eingenommen, sehr schön, Und dann habe ich ja den, ähm, Dingens gelesen, dass sie, Jowel, Erfell, Bunker und so ist, Fahren die? Ja, natürlich fahren die, ne? Ja, ist egal, Ich würde einfach mal rotztaugende Bombe aufschmeißen, Hm, ganz einfach, Einfach mal so, weil ich jetzt kann, Ich würde zwar wahrscheinlich nichts treffen, aber ist egal, Und das ist abgestürzt, Dann sagen wir mal mit dem da, Ich weiß, die ist, ähm, nicht, eigentlich nicht für Kämpfen eigentlich ausgelegt, Eigentlich ja nur für Bombardieren, aber, Heißt ja nix, Oh, wir führen, wir führen, Freunde, Gibt's doch gar nicht, Treffer, Treffer, Darüber fliegen, da müssen wir nicht rum, Ja, Wollingen, Noch mal getroffen, noch mal getroffen, Mein Gott, Geht doch ab hier, Ja, wir gewinnen, wir gewinnen, Freunde, Da, Nein, ab, Scheiß drauf, sowieso, Da hinten, ne? Sauber, Der ist sogar noch gestürzt, ich weiß nicht, Sehr schön, Ehrlich, Ja, Wieder so eine durchwachsene Runde, Aber als soll's, Na ja, Achter im eigenen Team, Immerhin, Ah, eine Medaille gekriegt, Ich hoffe, Da wird erforscht, Für den schweren Jäger, Sehr cool, Neu MGs, Gut, Ebene 2, Für den BF Dingensmodell, Und für die Ju, Habe ich auch was Neues, Gut, Ah, Das ist auch bald fertig, Der nächste Jäger, Wie sieht das aus, Ja, Zwei Abschüsse, Hilfen, Zwei Abschüsse, Ja, Viermal, Viermal getötet worden, Aber, Mein Gott, Was soll's, Aber damit wäre nicht die Folge wieder, Wenn euch die Folge gefallen hat, Wie immer gesagt, Lasst ein Abo da, Lasst ein Like da, Lasst ein Kommentar da, Ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag, Einen schönen Abend, Wie auch immer, Wir sehen uns beim nächsten Mal, Tschüss,